Die Voice of Germany ist auf jeden Fall das Größte, was wir überhaupt jemals als Geschwisterpärchen erlebt haben. Ich muss auch sagen, dass wir uns dadurch schon ein deutliches Stückchen näher gekommen sind, weil wir herausgefunden haben, dass wir es zusammen schon können. Wir sind miteinander hier als Team und wenn wir als Team versagen, dann versagen wir als Team. Aber da werden wir dem anderen keine Schuld geben. Das war's für heute. Before the sun arrives So much they hold